Hab dich Arschloch! Mach ihn kalt! Halt dich fest! Scheiße! Halt dich jetzt! Hör mich los! Mach dich! Was willst du von mir? Was soll ich? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt zieh mich an sie her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du's mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frakel doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du nen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaub ihm. Nein!